Berlin, Tag und Nacht, Vorschau Was hat Franzi mit Schmitti vor? Schmitti und Franzi schweben auf Wolke 7. Da soll die erste Date Night natürlich etwas ganz Besonderes werden. Doch die Vorstellungen der beiden gehen dabei weit auseinander. Unter einem Buffet mit Auster stellt sich Schmitti etwas anderes vor, als Franzi. Die will mit ihrem Schatzi eine unvergessliche Date Night erleben. Heute Abend ist unsere erste offizielle Date Night als Paar, freut sich Franzi. Da muss man natürlich groß auftischen, verspricht Schmitti und überlegt angestrengt, woher er auf die Schnelle die gewünschten, Luxus, Muscheln bekommen kann. Meine Lady will Luxus und sie will verwöhnt werden, ist sich Schmitti sicher. Wenn er Franzi da mal nicht falsch verstanden hat. Wir probieren was Neues Statt Austern kann Schmitti zwar nur Miesmuscheln auftreiben, euphorisch ist er trotzdem. Als Franzi dann in der Tür steht und den Mantel ablegt, ist Schmitti leicht irritiert. Denn Franzi hat sich fürs Date extra in Schale geworfen. In Lack und Leder begrüßt sie ihren Liebsten und wirkt beim Blick aufs Essen ebenso irritiert, wie Schmitti. Das war nicht das ganze Buffet, was ich meinte. Ich dachte, wir leben uns aus. Wir probieren was Neues, erklärt sie, schnappt sich einen Stuhl und befiehlt ihrem Freund, Setz dich Und zieh dich aus Schmitti weiß gar nicht mehr, was Sache ist. Was geht denn hier ab? Wie ist Franzi denn plötzlich drauf und was hat das ganze bitte mit Austern zu tun? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020